Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren bekackten Episode Let's Play. Rainbow Six Siege ranked auf Emerald, ja. Was nicht bekackt ist, sind meine Mates. Sarah, Noeim, Olaf und Peach White. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallöchen. Hallöchen. Hallö, hallo. Hallöchen. Aieieieieieiei. Ehm, was nehme ich denn hier jetzt schönes? Ich glaube, ich gehe mal auf Warden. Das wird lustig. Mal gucken, was das wird, ne? Ich mag die Map nicht. Ne, ich auch nicht. Ne, ich auch nicht. Alle so negativ gepolt. Ich finde Emerald immer noch besser als Nighthaven. Ah, Nighthaven hat schon seine Vorzüge, aber... Also ich hätte lieber in Theme Park gespielt. Ja, ich hätte auch niemals Moon gezockt oder Outback. Ist mir beides lieber als Lizaroth. Meme Park ist die Cheater-Wahrscheinlichkeit so hoch, das ist unglaublich. Wieso ist denn denn die Cheater-Wahrscheinlichkeit so hoch? Ist es nicht auf allen Maps gleich hoch? Oder sagen die, nee, also ich möchte heute auf Theme Park Cheater. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf Theme Park zu oft schon erlebt. Hm. Jedes dritte Theme Park Match ist bei mir ein Cheater-Match gewesen. Apropos, ich habe auf meinen Main übrigens Punkte zurückgekommen. Ui. Ja, ich habe gegen... am Anfang der Season gegen einen offensichtlichen Cheater gespielt, der wirklich mit Rage Mode durchgelaufen ist. Ja, so sahen bei mir die letzten Tage auch ein bisschen raus. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen von... von dem Sound ein bisschen besser... ist. Ich bin irgendwie noch gar nicht so ganz wach, ne? Also nicht so ganz, äh, in Rainbow drin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nicht eine Runde gespielt. Ja. Schon nicht. Ist same. Also ich glaube, wir alle nicht. Ne. Ich glaube, ich glaube daran, dass wir einfach alle still auf der Stelle stehen. Ja. Ja, okay. Ich habe mich besser gesehen vorm Window. Window. Und? Inside! Toll. Ich habe einfach keine Ahnung von dieser Map. Ah, Trade! Oh Gott. Der Sledge ist schon mal weg. Aber dass sie sich so sicher ist, dass ich da stehe. Auf der Seite. Einer war hier. Nice. Sehr schön. Sieg grad nichts in den Camps. Mhm. 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 In den Camps sehe ich auch nichts. Ja, wo sind die hin? Außer bei mir. Die haben gedrohnt. Ich gucke mal nur. Hä? Hört ihr? Erst ist Onside. Mann. Ist Onside gelaufen? Ja. Und Sports, alter. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Was? Was? Ich glaube der letzte war an dem Window im Hallway, aber ich bin mir nicht sicher, ob der da noch ist. Ist... Mhm, nicht mehr. Ist rausgeschampt. Drohne. Vom Boden. Deine Drohne war direkt vor dir. Schade. Schade. Ja, vergiss das. Ich hasse dieses Window. Ich hasse diese Map. Ja, schade. Na, nice try. Ich bin Maverick. Raffel auf Setdown. Das ist halt schon direkt mit uns trotz sprintet, ey. Ja, den Call hätte ich auch geworfen, dass da jemand Onside ist. Ja, wir hatten keine Camps hin, deswegen konnten wir nicht scrollen. Ich musste mich auf Sound verlassen. Und ich hab nicht gehört. Wollt es Helmspot nochmal gehen? Oder einen anderen? Mir ist das aber wohl... Ich glaube, ich würde noch mal einen großen Spot nehmen, weil... Weil das eigentlich... Eigentlich finde ich das... Dass das der beste Spot ist. Ich bleib Onside. Ja, ich bleib Onside. Hm. Ich besorge uns mal eine Onswotcam. Und ich... Und ich pieke nicht. Ich... Ich dachte, ich krieg jemand, wenn nicht direkt schon am Window... Aber der hat sich hingehockt, ist aufgestanden und hat mir fast einen Instant Headshot gegeben. Nein, nein. Mach mal eine Rotation. Wo willst du ihn haben? Ha? Ne, ich hab... Ich hab von selber. Na, 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 ne... Brauch ich noch die 2 Wände, sonst würde ich die benutzen. Ne, ne, ich brauch keine énormément... Also, ich brauch nur noch eine eigentlich. Also, eine haben wir noch über. Ich habe wieder Rassetbindung. Mh, aber diesmal nur Osana. Oh, Sledge. dass der die ganze zeit vom windows schimmelt und die ganze zeit dahin guckt das letzte ist sehr gut gutes c4 ich glaube da ist noch einer ja noch einer vom window er ist auf rechte oder linke seite war links als ich geguckt habe die paar zu uns hinten wo aris als erstes geguckt hat ist die ash hat hits irgendwo die richtung bauzeit jetzt wieder die ash oder was hat auf jeden fall hits hier die backstages ash kommt jetzt zu diesen gedöhnt richtung on spot a ich glaube die letzte ist bei mir oder? ich glaube die letzte ist bei mir oder? das war olevs runde mitnehmen das hätte mein erstes ace sein können ja olev ja nicht schlecht aber ist c4 ich hätte jetzt gesagt küche maybe ja dann nehme ich auch oder willst du sara ne ne alles gut mach ich rennt jemand hoch für die hatch nicht hm irgendwie habe ich das gefühl dass es heute besonders ruhig ist oder? ja irgendwie sind alle konzentriert da sind alle konzentriert ich glaube wir sind alle konzentriert da hab' ja alle die sie mehr passen gefühlt und so gar keinen bock haben naja es ist kein bock aufzunehmen wäre nur geil wenn man bei mir ein bisschen skill an den start kommt ja ich habe auch noch null klicks also die interrogation die du eben gerade gemacht hast weil du schon willst der hat so einen minusbereich gar nichts hatte nur ja gesagt aber das mache ich auch immer habe ich jetzt nicht extra noch mal bescheid gegeben ich glaube ich bin heute mehr lost als du jetzt weiß ich auf jeden fall was green hallways ich will hier nicht sein hinterm auto bin gerade mal für dich in die in cams drum kev seh aber gerade nicht ja einer nach vom mündo einer outside breach breach geht auf nein die hängen da zu viert draußen rum dachte ich mir schon 1 2 3 4 älter scheiße linke seite breach auf ping 1 genau ich spiele jetzt wieder ein bisschen mittiger wieder ping 1 linke seite einer hat die cam gefunden die haben dich gedroht oder ja ich weiß als ob er mich sieht oh sehr gut nein inside nein inside ich habe getraded Ich habe nicht damit gerechnet, weil vom Window hätte ich den Fass bekommen gehabt und dass da noch einer in der Ecke hockt. Ich glaube diesmal liegt es tatsächlich an der Map. Ne, tatsächlich nicht. Der läuft doch gut, was bist du denn? Sieht besser aus als bei den anderen gefühlt. Ich fahr grad sagen. Was brauchen wir denn schönes? Geht schon nicht durch, oder? Ja, geh auf Ace. Könnt ihr mir erklären, wie das sein kann? Ich schaue nach links von der Bombe weg. Ja, aber ich bin hinter der Bombe gepiekt. Ja, aber ich bin hinter der Bombe gepiekt. Weiß ich nicht. Dann reloade ich, also schaue ich in die Mitte und dann kriegt man den Kopf, wo ich hinter der Bombe bin. Hallo? Ja, aber es ist ja richtig gutes Wetter wieder, ne? Wirklich schön. Also gestern war es richtig kalt, aber heute geht es wieder. Ja, die Sonne wärmt schon richtig stark. Ja. Gestern bin ich mit T-Shirt rausgegangen. Ich hab mir so einen Arsch gefreut. Hattest du vor ein paar Tagen nicht eine Story drin, wo du mit Motorrad eine Tour gemacht hast? Ja. Vielleicht ist es schön, ey. War am Wochenende, glaube ich, ne? Ja, Samstag und Sonntag. Hm. Samstag war es auch richtig warm bei uns. 26 Grad. 26 Grad und es wird noch heiß. Ne, es geht anders. 36 Grad und es wird noch heiß. 36 Grad und es wird noch heiß. Ah, ja okay. Na dran. Ah. Denke Seite. Das kannst du nicht. Oh! Geil! Hinter der Bombe. Oh! Ich hab Mossi. Hinter der Bombe ist das Ami. Ey. Ich leck mich doch mal an. Das kannst du mir nicht erzählen. Das war der Kopf! Nur einfach richtig gut drauf. Frühlingsgefühle raus. Nein. Ich hasse diesen Account. Salami ist noch B. Was? Ey, ich bin wirklich jedes Mal hinter der Wand. Ich hab den nicht gesehen. Nice. Ist Kapkan. Alter, ich versuche jetzt hier nicht wegzukriechen. Ah, der liegt da. Ah. Näh. 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 Näh, Tee. Näh, Tee. Also an dieser Stelle können ja die Leute mal in die Kommentare gerne reinschreiben, wie warm es aktuell bei denen gerade ist. Wir wurden ja alle unterschiedlich in Deutschland verteilt. Oder Österreich. Ja. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare bei Aris und bei mir, wie warm oder kalt habt das eigentlich gerade. Zee. Das wird mir mal interessieren. Oder sind bei euch auch schon die Frühlingsgefühle so wie bei NoAim am Start? Der war aufm Kopf, man! Aufm Kopf! Ich will sehen, dass du das besser machst. Ey, ich will dir nur ein bisschen Stimmung reinbringen, du Kollege. Der war voll aufm Kopf, oder? Ach so, ja natürlich. Das ist sehr gut geraten. Immerhin habe ich dir deinen Ace nicht geklaut wie du letztes Mal. Die Episode kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen. Ich auch, ich habe mir einen Arsch, ich habe gelacht, vor allem dieses fiese Grinsen dabei noch. Nein. Ohne Scheiß-Episode. Freunde, ihr meistert, ich opfer mich extra. Und dann kommt die Trial of Nierke. So eine Scheiß-Episode ist das. Das war eine richtige Premium-Episode. Ja, ich habe es geliebt. Schöne Map. Vielleicht kriegen wir die ja gleich nochmal wieder, vielleicht kriegen wir gleich nochmal die Möglichkeit. Kapkan. Und Kev. Ach. Ah, siehste. Äh, ich habe einen Plan davon, wo die gerade sind. Ah, guck mal. Hier gammelt sie, die Olle. Los. Hier. In der Ecke. Händlisch, warum sind die denn? Oben. Same spot, wo wir waren. Mit dem Window. Nein, nein, nein. Gallery. Echt? Ja, ja, ja. Ja, die haben ja gerade gewonnen, deswegen können sie ja nicht... Aber hier in meiner ersten Cam seht ihr, wo die, wo die Cavs sich gerade befinden, ne? Nur, dass du Bescheid wirst. Äh. Ja. Ja, tödlich. Ja, tödlich. Ja, tödlich. Ja. Liegt auf dem Boden. Zieht weiter rum. Pink for life. Wieder hinter der Wand wahrscheinlich. Ja, tödlich. Hast du genug Zeit? Oh mein Gott! Ja, die Hedge war offen, das hab ich eben so dick gesehen. Ja, Frühlings-Runde. Ah! Das ist so cringe, diese Runde schon. Ja, halt's Maul. Ich mag einfach diese Map nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hasse sie auch. Ja, Freunde. Wieder verloren, weil ich Top-Frager bin. Zeig mal her, wie viel hast du. Ah. Ich glaube, das war unsere kürzeste Episode, ne? Wie kann das sein? Es war auf jeden Fall vom Feeling her Flotti Karotti. Oh, ich weiß nicht, ob ich das veröffentlicht will, Alter. Das wird veröffentlicht. Freunde, wenn's euch gefallen hat, positive Bewertung da lasst. Wäre ein Träumchen ganz wichtig. Video-Überschraubung abstecken. Äh, dort findet ihr die Kanäle der lieben Pilschweid und auch von unserem Olev verlinkt. Ähm, ja. Lasst ein bisschen Liebe da. Ganz besonders für unser No-Aim. Königs-Gefühle sind da. Läuft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und seht euch schön mit Ö und auf einen wunderschönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Und tschau. Bis. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020